Willkommen zu meinem Format Dinge, die ich hasse. Heute Dinge, die ich hasse mit B. Erstens Bettlaken falten. Also eigentlich Spannbettlaken, aber ich hatte keinen Bock bis S zu warten. Okay, Saskia, so schwer ist das nicht. Einfach hoch, links, rechts, runter, runter, rollen, rollen, rollen und fertig. Warum ist das nicht ordentlich? Zweitens Basteln. Ich habe mal ein Jahr lang an der Grundschule gearbeitet und die Kinder da konnten das besser als ich. Oh, ich habe mich geschnitten. Oh, das blutet. Oh, ich werde ohnmächtig. Ich glaube, Saskia ist tot. Saskia, guck mal, das habe ich gebastelt. Oh, auf einmal Michelangelo oder was? Wer ist das? Keine Ahnung. Aber lass mal tauschen, bitte. Nimm das hier. Drittens Baustellen, beziehungsweise die einen, an der ich mal vorbeigelaufen bin, mir dann ein Metallspilter ins Auge geflogen ist, wodurch ich dann einen traumatischen Besuch beim Augenarzt hatte. So, Frau Fröhlich, Sie haben einen kleinen Metallspilter auf der Pupille sitzen, das muss ich jetzt mit einem Wattestäbchen rausholen, bitte stillhalten. Also wenn Sie nicht stillhalten, muss ich den Splitter ausfräsen. Viertens, das Brot. Mist, ich kann mich nicht kratzen. Warum ist diese Torte ausgib... Saskia, alles in Ordnung bei dir? Ah!